Kapitel 1 Angleis 1, es fährt gleich ein der Supercity 10.57 Uhr aus Prag. Na endlich! Anna ist ganz aufgeregt. Sie freut sich sehr auf das Wiedersehen mit ihrer Freundin Eva. Ihre beiden Mütter sind Deutsche und alte Freundinnen, und so kennen sich die Töchter eben auch schon sehr lange. Der Zug hält im Südbahnhof, und Eva steigt als eine der Ersten aus. Sie weiß, dass sie erwartet wird. Sie hält Ausschau nach Anna. Hey, hallo! Hier bin ich, Eva! Anna saust auf ihre Freundin zu, und wenig später liegen sie sich in den Armen. Endlich bist du da, meine beste Freundin! Wie geht's? Leihwand, sagt Eva und grinst schelmisch. Ah, dass du das nicht vergessen hast! Anna lacht. Kannst du noch mehr wienerisch? Nein, das war's auch schon, leider. Du, was meinst, erst ins Hotel oder magst gleich ein Café? Anna schaut ihre Freundin fragend an. Ehrlich gesagt, lieber erst mal ins Hotel, den Koffer loswerden, ein bisschen frisch machen und so. Okay. Anna nickt verständnisvoll. Dann gehen wir am besten gleich zum Taxistand. Komm, hier entlang durch die Halle. Sie finden gleich ein freies Taxi, und der Taxifahrer verstaut Evas Gepäck im Kofferraum. Wo bist du denn überhaupt untergebracht? Fragt Anna. Im Deutschordenshaus. Ah, gut. Dort ist eine Übernachtung, soviel ich weiß, gar nicht so teuer. Und zentral liegt's auch noch. Ja, und selbst Mozart hat dort anno 1781 schon einmal übernachtet, sagt Eva stolz. Du bist ja richtig gut informiert, dafür, dass du gar nicht in Wien lebst, wundert sich Anna. Na eben, darum, meint Eva. Wo wollen's denn bitte hin, die Damen? Der Taxifahrer wird ungeduldig. In die Singerstraße 7, antwortet Anna schnell. Sie fahren auf der Prinz-Eugen-Straße Richtung Zentrum. Der Verkehr ist um diese Zeit sehr dicht. Es geht nur schleppend voran. Yes, a step in mano, schimpft der Taxifahrer vor sich hin. Und plötzlich schert auch noch der Vordermann ein und zwingt das Taxi zu einer scharfen Bremsung. Yes, for credit, mit deiner Chasen. Der Taxifahrer droht dem Autofahrer mit der Faust. Mensch, der hat aber ein Temperament. Flüstert Anna Eva zu. Ja, das kann man wohl sagen. Hoffentlich. Endlich sind sie vor dem Deutschordenshaus angekommen. Anna, ich bringe schnell meinen Koffer aufs Zimmer und dann können wir ein wenig durch die Stadt bummeln. Einverstanden? Ja, ich warte hier an der Rezeption auf dich.